Alles Gute zu einem neuen Video auf meinem Kanal Skyrocket Gamer Und es hat sich aber so viel getan Leute Ihr seht erstmal, wir haben hier ein Lava-Becken Hier ist unsere Katze Wäscht sich aber gerade ihre Pute Oder putzt sie besser gesagt, keine Ahnung, wie nennt man das nochmal Ja Leute, also wir gehen erstmal raus Okay Leute, mal schauen, was heute so passiert Ich bin mal mega gespannt Okay, warte, was bekommen wir, wenn wir unsere Schaufel rein Äh, wie Effizienz 4 Leute Sollen wir jetzt kurz noch eine OP-Schaufel zum Beginn machen Leute Ich habe heute vorhin ein paar Emeralds haben wir zu ertauschen Äh, einmaligen benutzen Also Leute, wir haben jetzt auch so ein Lagersystem angemacht Man muss hier 15 Eisenbahnen Oder ein Diamant für zweimal benutzen Und hier rein tun Dann kann ich das einfach abholen Also wenn ich jetzt hier hin gehe Und hier runter, dann bekomme ich hier dann so den Lohn Wir haben uns Also wo ich und Wolfi uns sehr verdient haben Also einigermaßen Also, ja, wie ich ja gesagt Ja, boah, was glaube ich hier Hier unser Ofenraum Ja, okay Ist hier dann irgendwas? Ich dachte, ich habe hier irgendwie sehr viel gebrauchen oder so Okay Leute, warte, wir gehen mal kurz zum Nether Wie fahrt man am besten Nether-Ride? Schreibt mal rein Ich sehe einfach gar, egal, nichts Wo fahrt man am besten Nether-Ride? Oh, nein, hallo Okay Leute, wir machen uns zusammen bei einer OP-Schaufel Leute, jemand zusammen bei einer OP-Kühe gekillt Gehen wir los Ich kann jetzt gar kein Essen holen Ey Wer ist jetzt am Essen gekommen, Digga? Warum er jetzt so viel? Okay Leute, erstmal Wir gehen jetzt einfach irgendwo Kurz Holz fahren Okay Leute, ich habe jetzt nochmal ein bisschen gefarmt Ich zeige euch jetzt nochmal, was ich gefarmt habe Es war ungefähr jetzt so 10 Minuten fahren Oh, mein Ausbau jetzt ist das so, Leute Oh mein Gott Ihr denkt, warum habe ich noch vier Holzstämmen? Die kann ich jetzt hier zu zwei Kisten verarbeiten, wenn ich richtig gerechnet habe Und es stimmt Und diese zwei Kisten tue ich jetzt einfach mal Keine Ahnung So Ich tue ja, warte, da war ja mal mein Dahl versteckt Aber das kann jetzt eh jeder sehen Da mache ich jetzt einfach hier eine Chest Und hier eine Chest Okay Leute Ich erstmal Ich muss ja hier mal Also Warte, wir gehen hier mal raus Dann Hier 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 Leute, hat gerade gepasst Wir ballern hier mal kurz alles rein Aber das passt ja Okay Leute, das passt So Und jetzt nehmen wir uns immer Zwei raus Und verarbeiten die So paar Sticks Und diese Sticks tun wir dann hier in diese Achso Der will man hier So Boop 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 Okay Leute, das wird jetzt so Da fügel Alter Leute, das ist so Einig Schaut mal diese Stücke an Und dann immer was So viel Holz Und Boop 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 Hup, 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 hup. Ihr muss aufladen! Und wir haben immer noch so viele Leute! Das ist krass! Wir nehmen nochmal alles raus. Alter, lade auf, lade auf. Momentan können wir uns gerade mal Atmung 2 leisten und in Endlichkeit... Ja, fast Atmung 2 und in Endlichkeit. Das ist insane, eigentlich wie teuer das ist. Aber Leute, wir haben jetzt ja Schutz 4 um 51. Und wir haben jetzt im Stream nochmal Schutz 4 um 26. Also noch 10 Emeralds, dann können wir gleich wieder Schutz kaufen. Das machen wir jetzt als erstes. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen warten. Ja man, das klappt! Einfach kurz prediktet. Und er hat wieder... Also, und er ist wieder fertig, Leute. Wir haben 32! Wir können uns einmal hier Schutz kaufen, Leute. So, bup! Wieso, wir brauchen noch ein Buch. Jetzt hast du ja ein Bücherregal gekauft, ja? Äh, so, bup, buch, 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 buch. Dann hier Schutz, Leute. Okay, wir brauchen aber wahrscheinlich richtig viele Level dafür. Wo sollen wir noch unsere Dings drauf machen, Leute? Auf unseren Helm, würde ich sagen. Okay, wie viel kostet das? Äh, Helm ab, Helm ab, Helm ab. Und so, Helm mit Schutz. Fünf Level haben wir jetzt, Leute. Bop! Jetzt haben wir noch ein Helm mit Schutz 4. Und? Kannst du wieder trainen? Er kann wieder trainen, ne? Äh, ja. Super. Okay, Leute. So. Auf, auf, auf. Klingt gut, dass wir da Reparatur drauf haben. Ich dachte schon, ich hab keine Reparatur drauf. So. Lieber Sticks Tray. Mann. Okay, Leute. Das war's jetzt hier mit der 28. Wir können uns wieder Schutz kaufen, oder? Ja. Wir brauchen wieder so ein paar Bücher. Alter, Leute. Es geht so easy Schutz zu kaufen. Ich sag's euch. Schutz. Guck. Wir machen's auf die Hose. Kurzer Prozess. Wir machen's auf die Hose. Also Schutz. Hose für Schutz gleich Schutzhose. Alter, Leute. Wir machen uns heute einfach voll Schutz, Digga. Das ist ja mega geil. Leute, ich versuch mal kurz ein Boot MDG. Okay, Leute. Wir dürfen noch im Fall gleich da sein. Also da dürft gleich so ein, ja. Ihr seht schon. So ein riesiger Turm da sein, Leute. Das wird manchmal einfach gar nicht geladen, weil es einfach so riesig ist. Hier unten ist Mama. Sehr interessant. Okay, Leute. Also Wolf wird da jetzt auch noch Seelen sein. Was hier? Ich hab grad so Angst gehabt, dass mein Stinks kaputt geht. Okay, Leute. Ihr seht. Wir werden jetzt so schnell hochkatapultiert. Aber wir haben ja ab nur um zwei Leute. Also... Profi. Und... Wir sind da. Achtung. Okay, Wolf wird das schon hier so ein bisschen ausgekleidet. Hier sind noch ein Experten in den Ecken. Okay, hier nicht. Hör doch. So. Seht, wie viele XP da aus waren. Okay, ganz hinten ist auch eine XP, Leute. Ja, Leute. Wir haben einfach gerade Level 10 erreicht. Okay, Leute. Ich bin gerade auf Level 20 gekommen. Aber ich glaub, das reicht jetzt auch. Alter. Also hier kann man einfach raus und hier kann man so hoch. Cool, oder? Ich lade. Bup. Dann gehen wir jetzt einmal kurz nach Hause. Verzaubern unsere Sachen. Da hab ich ein bisschen Müllensack. Äh. Verzaubern nochmal ein paar Sachen von uns. Das war jetzt wieder am Morgen. Und da kann man am besten mit einem Millagearm traden. Ja, Leute. Dann sehen wir uns dann mal wieder zu Hause. Okay, Leute. Ich bin jetzt einfach von meiner Tour wieder nach Hause gekommen. Von meiner... Ihr wisst schon Tour. Achso, Leute. Ich hab euch eine Sache noch gar nicht gezeigt. Also weil am Wochenende waren aber so viele Leute bei mir im Stream, Leute. Also... Also manche von euch dürfen das einfach wissen. Alter. Was ist denn hier los bei mir? Ey. Ja, Mann. Hab ich was bekommen? Ja, Mann. Wird gleich gebraten, ne? Wow. Haha. Oh mein Gott. Ja, okay, Leute. Dann gehen wir jetzt hier mal hin. Weil ich hab... Ihr wisst ja, hier war immer eine Brücke. Ich hab die ein bisschen weiter gebaut. Also ist jetzt noch nicht wunderschön. Aber man kann jetzt hier schon mal, würde ich sagen, wunderschön zu unserer Base hoch. Also hier müssen wir noch so eine Dings hinbauen, dass man da auch nicht runterstürzt. Okay, Leute. Also ist noch nicht ganz komplett fertig. Aber schon mal relativ gut, oder Leute? Da muss man nicht immer den Berg so klimmen. Sondern man kann einfach hier ein paar Stufen hoch. Wupp. Kaufen wir uns mehr Rockedilly bei mir. Klapp 14. Okay, das ist schon mal gut. Komm. Okay. Ich tu mal kurz unser Inventar erordnen, Leute. Und dann dürfte bald eigentlich schon mal fertig sein. So, hier in mein Boot rein. Ähm, zum Mob-Job. Was? Die haben neun von diesen Dingern? Ich hab die noch nicht gesehen. Ich hab die noch nie gesehen. Oh, schlief in tiefer. Guck. Boah. Wir haben auch eine Holzkohle. Mega geil. Warte. Na, Lachs. Gleich mal kurz in mich hier. Dann kommt hier nochmal das hier rein. Okay, unsere Eisenachse können wir nochmal zu PVP machen. Da haben wir jetzt eh schon so viele Eisenachse. Bro. Schau ich das an. Brr. Die hat noch einen. Perfect. Eine Karotte machen wir mal kurz zu essen. Ich hoff die klauen keiner, weil sonst können wir nie wieder Karotten anbauen, Leute. Das wär auch ein bisschen sad. Das Buch vom Wolfi packen wir mal. Wo packen wir das hin? In diese Chest hier. Okay, Leute. Dann wird der gute alte Meister hier wieder mal fertig sein. Mit seinen Sticks. Und das ist er auch. Leute, wir kaufen das jetzt hier erstmal ein bisschen Reparatur. Weil ich rück's auf dem ganzen Rüstungsteil brauch ich die Flasche nicht. Reparatur ist hier. Guck. Guck. Leute, wo machen wir Reparatur drauf? Ich glaub so auf dem Helm ist so das Wichtigste, oder? Reparatur auf dem Helm, Leute, oder? Da will das am meisten drauf, Leute. Komm mal mit dem Helm. Guck. Guck. Fünf Level. Mit Reparatur der Helm. Digga, Leute. Langsam kommt schon die Pracht bei uns. Okay, dabei fahren wir uns erstmal kurz in den Schild, Leute. Leute, so farmt man heutzutage. Also das ist so typisch. Das ist so farmisch halt immer. Okay, Leute. Dann machen wir uns mal kurz ein Schild. Also hier in der Eisen-Chest. Okay, ist genau noch ein bisschen was. Okay, Leute. Ich zeig euch jetzt meine Minecraft-Skills. Weil ich weiß, wie man ein Schild craftet. Genau. So. Wie macht man das hier rein? So, ne? Okay, Leute. Guck. Der ist immer noch geblockt. Was? Leute. Weil denn mit Federn kann man sich Emeralds bei dem Breed ertraden. Ey, das ist doch frech. So. So. Haben wir Federn. Wir dürfen eigentlich richtig viele Federn haben. Hier. Ein paar Federn haben wir. Wie viele Emeralds bekommen wir. Wir konnten uns zusammen noch ein Smaragd holen. Das ist ja mega geil. Und kaufen uns jetzt hier noch ein paar Smaragd holen. Danke für die XP. Dann kaufen wir uns noch einmal Reparatur. Uns fehlt noch aber ein Boop. Reparatur. Boop. 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 war Diamantstiefel. Das war unsere Hauptsache. Wie schnell geht das? Oha, Leute. Leute, dann würde ich ja mal sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao.